Jetzt esse ich schon wieder bei der Aufnahme. Schämlich. Pizza ist was Tolles. Willkommen bei Antenne Höllenschlund. Mit Sandra und Stefan. Ich bin ein altmodisches Mädchen. Ich habe immer geglaubt, dass die Männer die Leichen ausgraben und die Frauen die Babys bekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Höllenschlund. Hallo Sandra. Hallihallo. Hallo geneigte ZuhörerInnen. Heute besprechen wir die zweite Folge der zweiten Staffel von welcher Serie, Sandra? Ich glaube, Buffy. Richtig. Und die Folge hieß im Original Some Assembly Required, wurde am 22.09.1997 ausgestrahlt. Im Deutschen wurde sie unter dem Titel Operation Cordelia ausgestrahlt, am 2.01.1999. Ich mag den deutschen Titel mehr. Aber der verrät schon einiges. Eigentlich verrät er alles. Also wenn man weiß, worum es geht. Ja, aber selbst das Wort Operation, selbst das Wort Operation, kombiniere, kombiniere. Da ist etwas im Busch. Regie führte Bruce Seth Green und das Drehbuch wurde von einem Mann geschrieben namens Ty King. Ich hatte mich auch, glaube ich, zu dem belesen, aber ich habe es mir nicht notiert. Vielleicht kommt es etwas später. Manchmal finde ich das später in meinen Notizen wieder. Hast scheinbar eine richtig gute Ordnung, ne? Übel. Übel gut sortiert alles, ja. In der ersten Szene befinden wir uns auf dem Friedhof. Halt, Stopp! Du hast mir gesagt, es gibt eine Besonderheit in der, oder ab der zweiten Staffel eine Besonderheit. Giles spricht die Intros. Stimmt. So, habe ich mir aufgeschrieben. Das stimmt. Anthony Stewart Head spricht ab jetzt dieses Intro. In jeder Generation wird eine Jägerin geboren. Wer hat es denn in der ersten gemacht? Ein No-Name-Sprecher. Das war niemand. Das war niemand. Ohne Rolle irgendwie. Siehste? Siehste, siehste. Wie ihr schon hört, es ist jetzt für euch eine Woche vergangen. Leider ist mein Hals nicht besser geworden. Woran das wohl hin kann? Nun! Worauf deutet das wohl hin? Auf jeden Fall befinden wir uns auf dem Friedhof und Buffy und Angel sind zusammen unterwegs. Beziehungsweise Buffy ist erstmal allein und wartet auf das Erwachen von einem Vampir namens Stefan. Stefan. Freue ich mich immer. Warum? Weiß ich auch nicht. Stefan erinnert mich an diesen heißen Vampir aus Vampire Diaries. Das war nicht der heiße von den beiden. Nicht? Mhm. Sind die nicht beide? Meiner Meinung nach. Sind das nicht beide übelst du schön? Damon. Na ja, okay. Damon ist der Schwarzhage, ne? Ian Sommerholder. Der ist so scheiß. Ach so. Oder warisch. Aber Stefan war der Nette, ne? Ja, aber also wenn du es weitergeguckt hättest, wird der noch so richtig depressiv. Naja. Also nicht so einfach mit den beiden. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber der Dunkelhaarige war der Böse und der hellerhaarige Dunkelblonde war der Gute. Ich behaupte ja, Vampire Diaries hat den Weg für Twilight geebnet. Denn Vampire Diaries ist da auch so eine richtig dumme Schmonzette, oder? Vampire Diaries kam doch. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Mal wieder. Recherche, Recherche. Erzähl mal was. Ich muss mal kurz. Buffy wartet erst allein am Grab und Angel kommt dann hinzu. Und es kommt schnell zum Streit, denn wir haben immer noch die Situation der letzten Folge, in der Buffy ihm an den Kopf geschmissen hat, zwischen uns passiert nichts und es wird nie was passieren. So, zurück zum Thema hier, Vampire Diaries und Twilight. Twilight war davor. Hast du nach den Filmen oder den Büchern geguckt? Aber ist ja egal. Selbst wenn die Filme... Die Vampire Diaries Bücher gibt es, glaube ich, vorher, die grottenschlecht sind. Ich habe welche davon gelesen. Twilight habe ich auch gelesen. Die Serie war auch nicht so geil. Da bin ich umsonst abgebrochen. Die Serie war ganz gut bis Mitte, vierte Staffel oder so. Ich habe nur die erste Staffel. Dann war es Bullshit. Zurück zu einem ganz anderen Thema. Dann streiten sich Angelus und Buffy Summers auf dem Friedhof. Angelus. Und Angel gibt es zwar nicht zu, aber er ist noch echt eifersüchtig auf das Dirty Dancing zwischen Buffy und Xander. Dirty Dancing. Und das Gespräch endet aber mit der Fehlung von Stefan, denn der unterbricht mal wieder den Streit. Mal wieder ein Vampir, der etwas unterbricht. Und dem Fastabgang von Angel, der einsieht, okay, ich hätte nicht kommen sollen und wegstürmt. Ja. Aber Buffy will ihm hinterher rennen und fällt in ein offenes Grab. Wie bescheuert das aussieht. Ja, es ist auch halt ein schöner, witziger Bruch. Kein Disney-Marvel-Comedy-Bruch, sondern ein guter. Und wir erfinden halt schnell heraus, jemand hat irgendwie das Grab sauber ausgehoben und die Leiche weggeschleift. Dann sind Schleifspuren und ein Schuh zu finden. Im ersten Moment dachte ich so, okay, warum ist das offen? Und warum ist auch der Sarg offen? Und warum ist das alles sauber? Aber dann wird es mir ja direkt erklärt. Im ersten Moment war ich schon so, das ist aber doof jetzt hier und da ist gar kein Dreck drin und überhaupt. Und ich bin, das gefällt mir nicht, das ist unlogisch. Und dann so, ja, okay. Na, Buffy sagt ja auch, wenn die Leute mal aufhören würden, die Gräber immer offen stehen zu lassen. Aber wie blöd sie da auch reinfällt, einfach so mit dem Gesicht voran, in den Sarg rein. Ich meine, sie ist ja relativ weich gefallen, aber... Sie ist ja auch im Grunde diejenige, die, finde ich jetzt, das Streitgespräch erstens herausfordert wieder mal. Also Angel will eigentlich nur normal reden und sie schaukelt das wieder hoch. und dadurch wird sie halt, ich sag mal, kleine Sünden. Tja. Okay, jetzt kommt das Intro. Und in der nächsten Szene sind wir in der Schule oder auch in der Bibliothek. Und Sander und Buffy kommen rein und erwischen Giles, wie er mit einem Stuhl redet. Und anscheinend übt er da für eine Rede, für eine Date-Anfrage, wir vermuten bei Jenny Callender, und beschimpft sich dabei ganz süß als Idiot. Und er wird dann auch von Sander und Buffy ordentlich hochgenommen. Ja, vor allem, da denke ich mir immer, warum hat Sander eigentlich so eine große Klappe? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Warum disst der hier Giles, obwohl er selber genau so ein Trottel ist, was Dates angeht? Und, nur weil Buffy jetzt mal sich an seinem Penis gerieben hat. Das hast du auch nicht hinweg, ne? Nein. Also eifersüchtig bin ich nicht, aber es hat mich schon ein bisschen mitgenommen, das Ganze. Nur deshalb, ne, er hat ja vorher auch schon dumme Sprüche gemacht, das ist ja Quatsch. Aber da hat er dann immer eine große Klappe, aber selber, nun ja. Er hat sich in eine komische Lehrerin verschossen, die dann so ein creepy Wesen war. Und dann, was war die andere? Ach nee, das ist ein Spoiler. Ja. Dazu kommen wir noch. Also sein Score ist jetzt auch nicht so hoch. Na, auf jeden Fall finde ich es witzig. Und Giles entscheidet, wann ist hier eigentlich entschieden worden, dass euch das überhaupt irgendwas angeht. Ja. Sehr schöne erwachsene Reaktion. Ja. Und er leitet einfach, er leitet, ich habe leitet hingeschrieben, er leitet zum üblichen Business über und Buffy berichtet vom Vampir und von den Grabräubern von letzter Nacht. Na gut, ich würde dann auch ablenken von dem doch peinlichen Thema. Und Giles ist einfach mal wieder mal etwas zu sehr fasziniert, dass jemand Leichen ausgegraben hat. Und richtig herrlich, wie er dann auch noch so versucht, das wieder zu, wieder wettzumachen, indem er sagt, oh, das ist ja, das ist schrecklich. Ja. Die typische zweite Reaktion. Auch herrlich, wie dann Giles am Ende des Gespräches vorschlägt, dass Willow in diesem Ding mal nachrecherchieren könnte und er zeigt auf dem Computer. Sie soll mal wieder hacken gehen. Ja. Und er bleibt nicht bei Computern, sondern vielleicht kann sie dieses Ding anwenden. Ja. Die Hexenmaschine. Willow ist währenddessen gar nicht mit in der Bibliothek, sie ist währenddessen mit den Wissenschaftsprojekten beschäftigt. Stimmt. Oder dieses typische Highschool-Klischee, irgendjemand baut einen Vulkan oder sowas. Na, so Projekte. Und das beste Projekt gewinnt. Diese wohl jedes Jahr machen müssen. Red du mal weiter. Na, vorher, oder ich weiß gar nicht genau, in dem Zusammenhang kommt eigentlich mein bester Stichpunkt, den ich vor der Aufnahme schon vorgelesen habe bei Stefan. Ich habe gesagt, creepy Fotograf, what the fuck, bro. Genau, wir lernen Chris, den sehr netten Wissenschafts-Nerd kennen, gespielt von Angelo Spirizzi. Angelo. Angelus, Angelo. Vielleicht italienische Herkunft, man weiß es nicht. Und Eric, der Schulbuchfotografie-Belästiger. Wie ich es mir auch geschrieben habe. Gespielt von einem Mann namens Michael Bokkali. Bokkoli? Was heißt so klein hier? Auf jeden Fall, Chris macht auch kein Geheimnis daraus, dass die Fotos für seine Privatsammlung sind. Der sagt das einfach. Also, heutzutage, ne, hättest du da erstmal einen Shitstorm auf deiner Seite. Und die Mädels auch nur so, ekelhaft, ih. Und das war's, ne? Also regen sie sich schon drüber auf, aber so. Nicht genug. Das Foto bleibt halt jetzt. Aber Cordias Reaktion ist auch geil. Was soll das? Ich stehe im falschen Licht. Ja. Und ich dachte ihr, ihr Schulbuch-Nerds kommt erst im Frühjahr. Ja, ja, genau. Auch schön. Und da alle teilnehmen müssen, muss auch Cordelia an diesem Wissenschaftswettbewerb teilnehmen. Und ihr Projekt ist dann, wie ich schon letzte Woche verraten habe, Tomate, Obst oder Gemüse. Denn sie wäre ein leichtes Projekt, was sie übers Wochenende schnell erledigen kann. Wir sehen den Abgang unserer Damen, also Willi, Buffy und Cordelia. Cordelia, die in der Szene alle da waren. Und Chris sagt, während sie weggehen, Junge, die wäre für uns genau die Richtige. Zeigt nicht genau auf wen, aber die wäre für uns genau die Richtige. Und dann sagt aber Chris, red kein Schwachsinn, Cordelia lebt. Oh, 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 oh. Unheilvolle Musik, habe ich mir noch aufgedacht. Wer hätte gedacht, dass das später nochmal wichtig würde. Naja, das deutet ja jetzt schon drauf hin. Wir haben Leute, die Leichen ausgraben und die reden davon. Ja. Also man kann das schnell alles zusammenfügen. Ich fand es schön, dass Buffy dazukommt und sagt, Bad Signal. Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber... Ja, genau. Im Deutschen sagen sie, Willow, die Arbeit ruft. Ja, okay. Weil auf Englisch Bad Signal, Batman, das Signal am Himmel. Fand ich sehr schön, dass das genutzt wird. Also dass das nicht totgeschwiegen wird, dass es auch andere Filme und Serien und so und Bücher und was auch immer gibt. Buffy war immer bekannter für kulturelle Anspielungen. Das finde ich, also ich finde es manchmal übertrieben, wenn das so übel oft kommt, dann denke ich mir, okay Leute, jetzt fahrt euch runter. Wir wissen, dass ihr große Nerds seid und irgendwie immer eure Brücken schlagen könnt. Aber ich finde es auch umgekehrt komisch, wenn dann in Filmen oder Serien oder wo auch immer das so bewusst komplett weggelassen wird. Also finde ich merkwürdig. Kommt mir dann auch nicht real genug vor, die Welt. So am Rande. Deswegen fand ich das schön, dass das so ein kleiner Wink dahin war, wie in der ersten Staffel mit Spider-Man. Und ja. In der nächsten Szene sind wir wieder in der Bibliothek. Und Willow will nach der verschwundenen Leiche online recherchieren und betont nochmal, dass sie wahrscheinlich die einzige Schülerin an der ganzen Schule ist, die die Leichenhalle als ihre Lieblingsseite markiert. Das würde auch keinen verdächtig machen, der da mal drauf guckt. Und Cordelia kommt auch dazu und will sich für ihr Projekt einspannen, weil es ja so ein kompliziertes Projekt ist. Und Willow einfach nur, ohne wirklich drauf einzugehen, ist eine Frucht. Ja, Punkt. Super. Und während die drei sich am Computer darüber nachhalten, dass es da wohl einen Unfall gab und drei Mädels draufgegangen sind, siehst du halt die ganze Zeit Cordelia, die nebenbei erzählt, in einer Trauermine von irgendeinem Daryl, der sich später als der Bruder von Chris rausstellt und die anderen ignorieren das und erfahren eben von diesem Autounfall der Verstorbenen. Cordelia redet aber weiter, könnten wir uns mit meinem Schmerz beschäftigen? Klassisch, klassischer Cordelia. Und richtig geil, wie Jai jetzt dann von hinten kommt, ihr die Schulter tätschelt, ja, ja, alles gut. Und es geht weiter. Und vor allen Dingen auch so, als ob er gar nicht geistig so richtig bei der Sache wäre in dem Moment, sondern einfach nur so, ja, ja, ich hab irgendwie, irgendwas nervt mich hier. Und da muss ich kurz und dann klopfe ich ihr auf die Schulter und gehe einfach weiter und denke mir, gut, du hast deinen Teil getan, so schön nebenbei. Herrlich. Sie tauschen dann Theorien aus, einer will vielleicht Zombies erschaffen und er braucht wahrscheinlich noch mehr Leichen, sagt dann Giles. Also ist der Plan, heute Nacht auf die Lauer legen und will er auch, yeah, Schulausflug, Freundeabend, ich bringe Sandriches mit, ne? Und Cordelia wird sogar gefragt, ob sie mitmachen will. Siehst du, und da habe ich ja auch gesagt in der Folge davor, dass das für mich immer noch merkwürdig ist, dass die jetzt so dabei ist. Weil das war ja dann schon nicht nur als Spaß gemeint, meiner Meinung nach, dass sie sie einladen. Also sie hätte auch ruhig mitgehen können. Aber sie wäre ja mitgekommen, sagt sie in einem etwas ironischen Unterton, aber sie hat leider Cheerleader-Training. Tja. Schade. Am Abend sitzen dann die Mädels bei einem Picknick am Grabstein und die Jungs buddeln fleißig. Baddeln. Baddeln. Soll ich jetzt wieder zurückscrollen und das Zitat bringen? Ich bin ein altmodisches Mädchen. Ich habe immer geglaubt, dass die Männer die Leichen ausgraben und die Frauen die Babys bekommen. Denn Sender und Giles beschweren sich, dass nicht auch die beiden dann vielleicht mal mithelfen könnten. Die zwei sind völlig verschwitzt und im Arsch und sind da am Ackern seit wahrscheinlich Stunden und die Mädels sitzen da. Macht ihr mal. Und es wäre ja nicht so, als ob Buffy jetzt irgendwie mehr Kraft hätte als die anderen beiden. Genau, meine Frage ist auch, wer hat hier die Superkräfte? Also mal ehrlich. Und ich möchte immer wieder betonen, so ein Grab auszuheben mit eigener Körperkraft, mehrere Meter tief, dauert Stunden. Bis in die Morgenstunden. Das hat mich auch immer schon bei Supernatural gestört. Na ja, das gehört dann halt in die Handlung und dann geht das eben schneller. Jo. Auf jeden Fall graben sie das aus, schauen ins Grab rein. Wir haben diese Einstellung, dass sie von oben in das Grab hineinschauen. Wir sehen nicht, ob noch eine Leiche im Grab liegt oder nicht. Erfahren aber dann später, dass das Grab auch leer ist. Da haben sie wahrscheinlich dann wieder zugegraben und waren fleißig. Schnitt zu Cordy, die gerade vom Cheerleader-Training kommt. Und sie wird von irgendjemandem verfolgt. Kommt schnell raus, dass es Angel ist, der Buffy sucht. Sie denkt ja, es ist Xander, das finde ich lustig. Ja, genau. Sie sagt Xander, wenn das wieder einer deiner dummen Scherze ist. Also sowas hat er bisher noch nicht gemacht. Wobei ich ja sagen muss, also ich meine dafür, dass sie immer so, wie nenne ich es denn, so oberflächlich durch die Welt rennt. Und das Wichtige sind die Klamotten und die Frisur und keine Ahnung. Für mich hat sie sehr gute Fluchtinstinkte. Sie kommt nicht an den Schlüssel. Und sieht dann Füße, also Schuhe unterhalb, wenn sie unter das Auto durchguckt und rennt halt weg. Was ja schon mal clever ist, anstatt dass sie nach dem Schlüssel weitersucht. Also sie kann bei Gefahr doch clevere Entscheidungen treffen bisher. Und auch, dass sie sich dazu herablässt, in einen Müllcontainer zu steigen. Weil das erwartet man von ihr jetzt auch nicht. Aber in dem Moment denkt sie sich scheinbar, oh, ich muss mich verstecken. Mache ich das doch am besten da. Also nicht dumm. Ja. Und ich möchte hier erwähnen, was ich immer wieder seltsam finde. Angel trägt hier ein weißes Hemd. Also nicht mehr seine dunklen, grüblerischen Klamotten. Und ich finde, er lächelt ein bisschen zu viel. Wie hast du das begründet für dich, dass das jetzt so ist? Dass er zu viel lächelt? Und dass er ein weißes Hemd anhat. Und das weiße Hemd fand ich auch irgendwie... Was würdest du davon ableiten? Naja, das sieht nicht so dunkel und düster wie sonst aus. Das ist mir bewusst, aber was leitest du daraus ab? Das ist ein bisschen zu freundlich. Ja, und was leitest du daraus ab? Warum ist er so? Und warum hat er jetzt ein weißes Hemd an und kein schwarzes? Achso, weil er mit Buffy reden will. Ja, vielleicht ein bisschen friendly und nicht mehr so, ich grübel die ganze Zeit. In 20 Jahren habe ich nie drüber nachgedacht. Oder, also weißt du, er wird zu einem besseren Mann. Weil er mit ihr zusammen sein möchte und... Schlabber, schlabber. Ja, ich habe ein beispielhaftes Geräusch gegeben. Okay, Sandra, wenn das bei dir so passiert... Nein. Ich wüsste nicht. Auf jeden Fall kommt hier ein neuer Counter ins Spiel. Ah, oh. Denn Cordelia findet mal wieder eine Leiche, beziehungsweise Leichenteile. Aber das ist ja schon öfter passiert. Genau. Jetzt willst du erst den Counter. Aber jetzt fange ich erst mit dem Counter an. Okay. Ab Staffel 2, Cordelias Leichenfunde. Nummer 1. Okay. Ja, also sie findet eine Hand. Und ich finde ja, sie schreit wunderbar. Das ist jetzt ein dummer Satz. Aber also der Horrorschrei, hast du ja mal zu mir gesagt, der muss geübt sein. Ja. Kann nicht jeder. Kann auch nicht jeder. Und das kann sie ja scheinbar ganz gut, ne? Macht sie ja auch häufig. Immer, wenn sie Leichen findet. Nicht nur. Danach treffen alle sechs Charaktere zaufeinander. Angel wartet mit Cordy im Arm in der Bibliothek. Naja, besser gesagt, Cordy hängt an seinem Arm dran. Aber so wirkt es auf Buffy. Angel mit Cordy im Arm. Ja. Und Buffy kommt für Angel aus seiner Perspektive, Buffy kommt mit Sender hinein. Mhm. In die Bibliothek. Und dann gibt es auch dieses Buffy zu Angel, Angel. Aber Angel gar nicht zu Buffy, sondern Sender. Und Sender, Angel. Ja, solche Situationen sind immer gut. Und es ist halt das Teenager-Drama vom Feinsten, ne? Aber ich finde ja, Sender hat bei Cordelia mit Abstand die besten Sprüche. Wirklich mit Abstand. Das sind die glänzenden Momente des Sender-Humors, finde ich. Weil er so schön böse ist. Herrlich. Auch so kluge Witze. Ich habe leider keinen mehr im Kopf, aber ich habe mir aufgeschrieben, Sender hat die besten Momente, wenn er Cordelia disst. Einer ist, sie fragt, warum passiert mir immer das? Und er hustet, oh, Karma. Ja, nur so, herrlich. Und als sie dann weg sind, also Cordelia fragt ja dann später, ob sie Angel nach Hause eskortieren kann, weil sie sich nicht sicher fühlt. Und Sender steht halt dann auch da und, ha, ich dachte, es wäre ein Monogamer. Ja, für ihn ist das ja gut, ne? Okay, aufgrund der Leichenteile, von denen dann Cordelia berichtet, wird die Zombie-Theorie widerlegt. Und sie kommen darauf, warum, also dass es ziemlich präzise abgeschnitten ist und dass Anatomie-Kenntnisse bedarf. Und Willow stellt sich mal wieder selbst in den Kreis der Verdächtigen, weil Giles fragt, welcher Schüler könnte das schon? Und sie sagt, naja, auf Anhieb fallen mir sechs Schüler ein und mich. Und Sender auch wieder gleich, okay, Willow, sag, dass du es warst und wir gehen alle nach Hause. Giles guckt auch so ein bisschen so, ähm, okay. Was soll das schon wieder? Bist du es jetzt? Herrlich. Und, ähm, als dann, genau, ich fand noch super schön, als dann Cordelia und Angel die Bibliothek verlassen, hast du nochmal so einen Blick zwischen Buffy und Sender. Hm. So ein richtig freundschaftlicher, so ein richtig freundschaftlicher, verständnisvoller Blick, beide. So, ja, okay. Ja, genau, genau das. Also kommen sie auf die Theorie, dass irgendwie die Schüler was damit zu tun haben könnten und durchsuchen die Spinte und finden in Chris, der Chris Epps heißt, äh, die passende Lektüre, Grace Anatomy und verschiedene andere Anatomie- und Biologiebücher und finden in Eriks Schrank so richtig creepy zusammengestückeltes Poster mehrerer weiblicher Körperteile. Mhm. Also du hast den einen, der sich da auf der wissenschaftlichen Ebene damit beschäftigt und den anderen, der einfach nur richtig geil ist. Ja, der, dieser, dieser Eric hat ja auch generell interessante Szenen in der Folge. Kommt ja dann gleich. My Girl. Richtig. Naja, ähm, find's schön, wie Giles vorher nochmal sagt, ich finde das moralisch verwerflich, dass sie hier durch die, äh, durch die Spinte gucken. Als Mitarbeiter der Schule nicht befürworten. Okay, sie haben sich abgesichert, hier sind ein paar Spinte. Mhm. Und wir schneiden nach dieser Szene, äh, zu den beiden eben Chris und Eric, die in einer Art improvisierten Operationsraum sind und wir sehen einen verdeckten Körper auf dem Tisch, Eric trellert, äh, trellert My Girl, was auch ziemlich gruselig ist und sie unterhalten sich halt, dass sie bald fertig werden müssen und Eric hängt die frisch entwickelten Bilder von Willow, Buffy und Cordelia auf. Und es wird also klar. Ja. Also für den Zuschauer wird jetzt klar, die basteln sich eine Frau. Frankenstein. Und für die, für unsere, unsere Truppe ist es mittlerweile auch klar und am nächsten Tag unterhalten sich auch drüber, Buffy kann das nicht verstehen. Sender rechtfertigt das fast. Und sagt dann halt, äh, was tun wir nicht alles für Liebe, ne? Und dann bringt er halt wieder so einen typischen Sender-Move, ne? Wir wollen niemals das, was direkt vor unserer Nase ist. Man interessiert sich nur für das Unerreichbare. Je weniger erreichbar, umso attraktiver. Er meint natürlich Buffy. Wer direkt hinter ihm sitzt, ist Willow. Willow direkt mit in der Einstellung drin und ich denke mir, Gott verflucht. Gott verflucht. Mir ist aber noch was anderes ein Stückchen vorher aufgefallen. Der Bruder heißt, nee, nicht Daryl, der andere, Chris, der kommt doch nach Hause und dann sitzt seine Mutter in dem, in dem Sessel und guckt sich ein Football-Spiel an. Die ist so depressiv. Also wir haben, das ist richtig traurig eigentlich. Das hätte ich noch erwähnt, aber das ist richtig, kam schon in der, in der Folge kam das schon. Willow hat, hat Buffy auf dem Friedhof erklärt, wer dieser Daryl war von dem Koffer. Und die er die ganze Zeit redet, das war nämlich Daryl Epps, ein sehr beliebter, berühmter Football-Spieler, der, glaube ich, bei einem Unfall, irgendwie beim Klettern oder so, gestürzt ist und dann verstorben ist. Und die Mutter hat jetzt nur noch den einen Sohn, aber ist im Grunde so depressiv und trauert so stark, dass sie immer nur noch auf den Totensohn fixiert ist und guckt sich deswegen die ganze Zeit zum Football-Spieler an. Also, da kommen ja dann noch so kurze Szenen mit ihr oder eine noch, glaube ich, zwei oder eine, keine Ahnung. Und, äh, also wenn du das mal rausnimmst, was da noch kommt, das ist ja richtig, richtig schlimm eigentlich. Ich meine, das ist dann in dem Kontext irgendwie so ein bisschen... Da ist noch ein Sohn, ne? Und die Mutter vernachlässigt den total. Ja, und sie fragt dann später doch auch, ist heute ein Wochentag oder sowas. Die ist völlig raus. Also richtig heftig eigentlich, ein richtig krasses Thema damit eingeflochten. Sehr unauffällig, aber dann doch, es ist mit drin, fand ich krass. Das ist eine krasse, depressive Episode. So, weiter geht's. Unerreichbare Liebe war das Thema. Unerreichbare Liebe, sehr plakativ, aber irgendwie zu Sender passend. Ja, klar, natürlich. Sie treffen dann auf Giles, der nicht wirklich mit dem aktuellen Thema beschäftigt ist, sondern sich ein bisschen jetzt darauf konzentriert, seine geübte Rede endlich anzuwenden, denn er wird gleich Jenny zu einem Date einladen. Er steht draußen auf dem Hof, ne? Und, und guckt da so in die weite Ferne und die zwei kommen zu ihm hin und... Die drei. Drei? Drei. Kommen zu ihm hin und, äh, da geht nicht viel in seinem... Auch super, super, was Buffy nochmal zu ihm sagt. Denken Sie dran, ich mag Sie, Sie mag Sie. Ja. Vielleicht mögen wir was gemeinsam. Naja, und, äh, Giles will eigentlich, äh, sie einladen, kommt aber nicht dazu, wird von seiner eigenen Aufregung und von der Schulklingel unterbrochen und, äh, ich glaube, Jenny merkt das auch so ein bisschen, übernimmt dann das Ruder und sagt halt alles das, was er sagen wollte. Richtig. Außer, er wollte sie halt nicht zum Footballspiel einladen. Ja. Und er hat ja voll Bock auf Football. Schauen Sie Football? Ja, gelegentlich, ähm, ja. Ich hab da eine Frage und zwar spricht er sie doch immer an mit Miss Calendar und da sagt sie doch sowas von wegen, sagt Jenny zu mir und sie sagt im Englischen, Miss Calendar is my father. Das haben wir aber auch, genau. Miss Calendar. Na, das ist dieser, das ist dieser übliche Gag, wenn du dich bei Leuten, also bei den Amis, ne, wenn die sich bei Leuten vorstellen. Kerle jetzt, gell? Nennen Sie mich nicht, nennen Sie mich nicht Mr. Smith, äh, Mr. Smith ist mein Vater. Ja, das verstehe ich, aber Miss. Sie macht halt einfach einen geschlechtsvertauschten Witz daraus. Ha, 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 ha. Okay, wenn, wenn man das als Muttersprachler versteht, gut, ich war etwas verwirrt, dann habe ich diese Verwirrung jetzt überwunden. Ja. Sie sagt, okay, lassen Sie uns zum Footballspiel gehen, da können Sie mir sagen, was Sie eigentlich sagen wollten, weil er kommt ja nicht dazu und sie denkt, er hat ihr irgendwas Wichtiges zu berichten. Vorher kommen wir noch mexikanisch essen und dann geht sie in den Unterricht und richtig, also da freue ich mich, da springt mein Herz auch immer, ich habe auch dahinter Herz-Emoji geschrieben, nicht hingemalt, kleiner Hüpfer danach, denn er dreht sich um und hüpft so ein bisschen, richtig gut. Wie der eine von der Olsen-Bande. Ja, weil er freut sich richtig, dass es klappt. In der nächsten Szene findet eben die Gang heraus, dass den Jungs noch ein Kopf fehlt und wir haben wieder Schnitt zu den Enkeln von Dr. Frankenstein, die sich nochmal drüber unterhalten, dass der Kopf so schnell wie möglich appliziert werden muss. Appliziert? Aber Chris, oder beziehungsweise Eric sagt, sie können nicht auf einen Unfall warten, sie brauchen ein lebendes Opfer, wofür Chris sich ja noch nicht so begeistern kann, jemanden umzubringen. Also Eric ist ziemlich krass in seiner Einstellung und Chris ist mehr so, ich möchte eigentlich niemanden umbringen. Ja, noch. Auftritt Daryl-Apps. Wir erfahren also, dass Daryl, der eigentlich tot ist, von Chris wiederbelebt wurde und eigentlich wollen sie nicht die Frau für sich erschaffen, sondern für Daryl, dass er nicht allein sein muss. Wir sehen Daryl, dass er voller Narben ist, wo ich immer finde, okay, aber wenn er gestürzt ist, ist vielleicht sein Gesicht so zerstört gewesen, dass sie da viel Reproduktionen schaffen mussten, aber grundsätzlich denke ich mir, warum musst du dir so viel in seinem Gesicht rumschnippeln? Vielleicht hat er ja ein ganz anderes Gesicht bekommen. Nee, auf den Bildern sieht er ja genauso aus. Ach stimmt, ja. Aber, naja, lass ihn doch wirklich aufs Gesicht gefallen sein, unter anderem. Ja, wenn er gestürzt ist, von einer hohen Wand vielleicht wirklich aufs Gesicht gefallen. Dann, wer weiß. Naja, wir haben dann Daryl, der sich bei diesen drei Bildern eine aussuchen soll, er sucht sich natürlich Cordelia aus. Der würde das nicht tun. Klar. Und jetzt kommen wir halt zum Titel der deutschen Folge Operation Cordelia. Wortwörtlich. Genau, über die depressive Mutter haben wir schon gesprochen, die wäre jetzt hier in meinen Notizen gekommen, genau. Buffy schleicht sich an der depressive Mutter vorbei, weil die eigentlich gar nichts mehr mitschnaggelt. Na, was heißt schleichen? Sie fragt sie ja zwei, dreimal, wo denn der Sohn sei, also Chris, und dann fragt sie eben, ob ein Wochentag ist, ob er in die Schule muss oder nicht. Sie ist schon fast kathartisch? Katar- 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 Sie befindet sich in einer Katarsis. Sehr gut. Wie heißt das denn? Oh Gott, das muss ich nachher mal googeln. Auf jeden Fall forscht Buffy dann im Keller von Chris und Eric. Ich finde es auch krass, dass die Mutter, also zum einen hört sie Buffy ja nicht zu und zum anderen faselt sie halt die ganze Zeit von diesem Spiel. Das ist schon richtig gruselig. Also die Frau ist ja furchtbar krank, um Gottes Willen, aber das fand ich schon, das war eine der gruseligeren Teile in der Folge, fand ich, weil das, weil das, naja, nicht so lächerlicher Quatsch war, sondern das kann im wahren Leben auch so passieren. Und sowas finde ich dann immer, das catcht mich dann noch mehr als so eine Puppe, die zum Leben erweckt wird, zum Beispiel. So, jetzt kannst du weitermachen. Als Buffy dann den Keller durchforstet, findet sie raus, Cordillas Kopf ist sehr gefragt. In einer weiteren Szene entführen die beiden Cordelia und bringen sie in den alten Wissenschaftstrakt der Schule, weil ihr Keller natürlich aufgeflogen ist, weil sie mitgekriegt haben, dass da Buffy war. Übrigens ist dieser Trakt das letzte Überbleibsel eines alten Schulgebäudes, des alten Schulgebäudes, welches ja beim Erdbeben von 1937 verschont blieb. Also nur dieser Trakt vom Schulgebäude blieb verschont, der Rest wurde zerstört. Und wer sich erinnert, das Erdbeben von 1937 hatte auch wichtige Auswirkungen auf den Meister. Okay, es gibt nochmal eine Szene zwischen Chris und Buffy. Wo Buffy ihn überzeugt, das ist falsch, was ihr macht und ihr könnt niemanden umbringen und das willst du doch nicht auf dein Gewissen laden. Und deswegen hilft er ihr und verrät ihr auch, wo sie sind. Es gibt noch einen Nebenschauplatz. Wir wollen ja auch erfahren, was mit Rupert und Jennys Date passiert. Eigentlich ganz schön, weil sie unterhalten sich und er findet halt immer die wichtigen Sachen raus. Das ist nicht das, was man bei einem ersten Date machen sollte. Ach, das ist hier ein Date. Sehr schön. Aber Willow und Zander crashen das Date. Aber wie nicht? Also beide verhalten sich ja schon mies. Aber das Krönchen setzt Zander sich auf, indem er Giles das Popcorn klaut. Scheiße, das Arschloch. Wie gemein. Willow war jetzt auch nicht besser in der Szene, aber wenigstens frisst die dem nicht noch sein Proviant weg. Dass sie das auch nicht checken. Und Giles ist so völlig betröppelt. Dass sie vielleicht jetzt mal allein sein wollen. Naja, Giles ist halt wochenlang, monatelang nur der Bibliothekar gewesen. Und jetzt auf einmal hat er da so eine Uschi neben sich. Aber die Uschi kennen sie ja auch schon. Deswegen sind die zwei Teenies so, ah ja, okay. Typisch Teenies auch, Lehrer, haben keinen Privat. Ja, ja, eben. Naja. Naja, hat er auch nicht mal mehr Popcorn. Buffy findet die drei, also Cordelia, Daryl und Eric in diesem Gebäudetrakt und kämpft dann gegen Daryl. Wie ich finde, ich meine, das ist nur ein wiederbelebter Mensch, ich weiß nicht, durch Zauberkraft oder durch Wissenschaft, aber der war ein bisschen zu stark, wie ich fand. Es ist hier sogar dann am Ende körperlich überlegen, er gewinnt den Kampf nämlich. Und der Trakt geht in den Flammen auf, Sender rettet Cordelia. Weiß man, sieht man, warum das anfängt zu brennen? Na, es gibt, Eric benutzt eine Flamme, um eine Klinge zu desinfizieren. Ach ja. Oder zu sterilisieren. Ja, okay. Und lässt sie halt im Hintergrund brennen, dann fällt ihr während des Kampfes um. Der blöde Daryl schmeißt da noch so eine Gasflasche direkt in die Flamme. Ja, stimmt. Alter, richtiger Honk. Und wie gesagt, Sender hat Cordelia gerettet und Daryl siegt über Buffy im Kampf. Ja. Er überwältigt sie und sie liegt am Boden, fast ohnmächtig, wird aber von seinem Bruder aufgehalten. Und dann haben wir eine richtige, ich meine, wir haben sowieso eine Frankenstein-Anspielung, aber das ist das Ende, wie Daryl dann in den Flammen mit seiner unfertigen Braut drauf geht, ist halt genau wie das Ende von Daryl Shelly's Frankenstein. Also da stirbt er auch mit seiner, ich glaube, die ist tot mittlerweile, mit seiner Frau in den Flammen. Mhm. Frankensteins Monster. Schön nacherzählt. Ja. Und wir haben halt die erste Folge, und das wird auch in der Staffel noch mehrfach passieren, so wie dann so Horrorklassiker oder Horrormonster abgearbeitet werden. Klassische Horrormonster. Ich fand's ganz gut. Wie das da so in der Kürze der Zeit abgebildet wurde. Ja, ne? Vor der Schule sehen wir dann Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Also wir haben schon mitgekriegt, dass Chris seinen Fehler irgendwie eingesehen hat, aber wir sehen nicht, was mit Chris und Eric danach passiert, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Na, vor allem Eric, der ja, also... Der ja gar nicht einsehen wollte, dass er was Falsches macht, ne? Der der Radikalere von beiden war. Ja. Ich hab noch zu dem Kampf mir was aufgeschrieben, ich fand's, also ich hab geschrieben, Buffy saves the day, weil sie ja mal wieder kämpft und so weiter und so fort, aber ich fand auch Xander sehr nützlich, wie er da Cordelia befreit hat. Sehr heroisch. Ja, und wie er dann da durch die Flammen gejumped ist zusammen mit ihr und sich da halb auf sie draufgelegt hat auf der Trage, weil Cordelia war ja noch angekettet, fand ich nicht schlecht, also, weil die Flammen kamen immer näher und auch wenn er sie nicht leiden kann, scheinbar. Hat er trotzdem ein Herz für Menschen. Tja. Auf jeden Fall redet Buffy mit Chris und Angel taucht auf, er sagt, er hat den Rauch gesehen und ist sofort losgesprentet. Natürlich. Sag mal, können eigentlich Vampire in Buffy auch so übermenschlich schnell reden? Ja, sie sind bestimmt schneller als normale Menschen, aber ich denke, Buffy ist schneller. Aber also nicht so von A nach B. Es gibt keine KMH-Angaben. Ich denke, das ist mir bewusst, aber es gibt ja zum Beispiel bei, da wären wir wieder bei Vampire Diaries, da verschwinden die doch einfach so aus dem Bild. Die können doch so super schnell rennen. Ach so, okay. Und bei Twilight geht das doch auch. Ja, dieses richtig übermenschliche, schnell, auch wie bei True Blood. Ja, deswegen frage ich, genau, deswegen frage ich, ob das... Nee, so ist es bei Buffy wäre so nicht. Weil dann könnte ich mir ja gut vorstellen, Angel sieht irgendwo was und ist sofort da. So wie The Flash. Ja, genau. Nur als Vampir halt. Wir sehen nochmal, wir sehen nochmal Rupert und Jenny und sie sagt, sie ist nicht abgeschreckt vom ersten Date. Sie sagt nur, man sollte beim ersten Date nichts machen, was man beim zweiten nicht überbieten kann und er hört einfach nur, ach so, es gibt noch ein zweites. Und sie wieder, hast es kapiert. Ja. Und Jaius ist glücklich. Dann gibt es noch eine Szene mit Xander und Willow. Xander heult immer wieder vor Willow rum, dass alle Romanzen am Laufen haben. Ja. Nur die beiden bleiben leer. Ja. Die gehen leer raus. Und dann gibt es sogar noch Cordelia, die sich wirklich aufrichtig bei Xander bedanken Aber wirklich. Und beginnt Xander auch in einem anderen Licht zu sehen. Und er sieht es nicht. Er nimmt sich wieder richtig daneben und lässt sie einfach abtanzen. Und er nur so, fuck off. Und sie guckt so ein bisschen empört und ein bisschen vor den Kopf gestoßen. So, äh, jetzt war ich ehrlich zu dir und du, also, war daneben. War daneben. Xander. Und er fragt dann auch nochmal, wo waren wir? Ja. Und Willow so, warum wir einfach leer ausgehen. Ja. Naja, am Ende sind dann wieder Buffy und Angel auf irgendeinem Friedhof und sie sprechen sich aus. Diese ganzen Friedhöfe immer. Angel. Wie oft die, das ist jetzt der neue Schulkorridor oder die neue Bibliothek oder was? Die hatten jetzt ein eigenes Set übrigens für den Friedhof. Vorher hatten sie auf echten Friedhöfen gedreht. Achso, ja, dann muss man das ja auch nutzen. Ja, gut, okay. Angel gibt zu, dass er eifersüchtig war. Und wir erfahren noch ein wichtiges Detail aus seinem Lebenslauf. Er ist 241 Jahre alt. Für alle, die schnell rechnen können, ist er also 1756 geboren. Aha. Stefan hustet. Ich soll weiterreden, aber nein. Das schneide ich nicht raus. Bin ich viel zu faul. 1700 irgendwas, da warst du. Das ist das Ende der Folge. Da ist Abspann. Ich möchte nur nochmal erwähnen. Sie halten Händchen, wenn sie dann weitergehen. Oh, Entschuldigung. Das habe ich vergessen. Sie halten Händchen. Jetzt ist wieder nämlich alles nice und dann geht es wieder von vorne los. Die ganze Scheiße. Die ganze Scheiße. Ich möchte noch erwähnen, dass zwei Lieblingscharaktere nicht aufgetreten sind. Snyder und Joyce. Stimmt. Sandra, wie fandst du die Folge? Also, es war ja ein Monster of the Week, womit ich ja gerechnet habe. Ja, aber das heißt nicht, dass in der Folge nicht Charakterentwicklung ist. Das stimmt. Deswegen hat es mich auch nicht gestört. Mich stören generell keine Monster of the Week-Folgen. Ich finde das meistens echt amüsant oder echt unterhaltsam, wenn jetzt die Handlung nicht völlig lächerlich ist oder bei den Haaren herbeigezogen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn mal einfach nichts zur Rahmenhandlung kommt. Das stört mich auch nicht. Das gleich mal als Disclaimer vorweg. Und wir haben ja auch jetzt noch keine Rahmenhandlung. Eben, deshalb finde ich nicht schlimm. Mich hat es eigentlich ganz gut unterhalten. Ich fand es schön, dass so ein Klassiker aufgegriffen wurde. Aber ich muss auch sagen, dass es, es wird jetzt keine Folge werden, die mir im Gedächtnis bleiben wird. War in Ordnung. Ich könnte jetzt aber nichts nennen, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt sehr bezeichnet. Bis vielleicht auf die Mutter, die so, naja, doch realitätsnah dargestellt wurde. So eine furchtbare Szene, die es da ja dann doch geben kann im echten Leben. Aber ansonsten, war okay, war gut. War in Ordnung. Wie fandest du das Make-up von Daryl? Ja, er war schon, also ich fand den Hautton schon interessant. Ich weiß nicht, ob das wirklich so aussieht. Ich will das gar nicht wissen. Ich will jetzt nicht wissen, ob es wirklich so aussieht. Aber, naja, es gibt Schlimmeres. Also ich habe jetzt, da fand ich den, das weiß ich noch in der Folge davor, in der ersten Folge, habe ich mich doch über den, ja genau, über den habe ich mich doch aufgeregt, weil man das so richtig gesehen hat, wo diese Maske aufhört, oben auf seinem Kopf. Genau oben. Da habe ich doch lautstark gerufen, man sieht, wo es aufhört, was ist denn das? Oder irgendwie sowas. Deswegen fand ich jetzt okay. Die mussten ja eigentlich auch nur das Gesicht zu pappen mit so Fake-Narben. Die gibt es fertig wahrscheinlich. Die kann man da einfach so aufkleben. Die gibt es ja wirklich. Deshalb war das wahrscheinlich auch nicht so eine große Sache, das hinzubiegen, dass der so aussieht, wie er aussehen soll. Und, naja, den Rest des Körpers hat man ja nicht gesehen. Von daher. Cool, cool. War okay. War in Ordnung. Ich habe genug gesagt. Ich glaube, ich auch. Ich danke fürs Zuhören. Wünsche noch eine schöne Woche. Ich auch. Bis dahin. Tschüss. guh, arg. guh, arg. guh, arg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.